So, dann machen wir die nächste. Dieses Mal die Rückseite. Ich werde es auf beiden Seiten beschichten, damit man also einmal den Uni-Auftrag sehen kann und einmal mit der künstlerischen Gestaltung. Dann kann der Kunde selber wählen, möchte er es klassisch oder möchte er mit einem ganz speziellen Marella Mella Kunstwerk sich ausstatten zu Hause und sein Zuhause entsprechend luxuriös exklusiv an Wert erheben.